Servus, Leute, und willkommen zurück zu unserem Let's Play Together im Heiligen Römischen Reich. Ich bin Legendary Marvin aus dem hochverfüllenden Hessen, das aber langsam und sicher aus den roten Zahlen herauskommt. Ich darf natürlich auch begrüßen meine beiden Konkurrenten, beziehungsweise auch meine beiden Retter aus der ersten Folge. Günter Schädau im Baden. Servus! Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von dem Let's Play Not So Really Together. Und ja, Marvin, ich freue mich, dass wir uns heute nochmal treffen und eine etwas längere Aufnahmesession hinlegen können. Und ich habe mir extra einen frischen Siegeskaffee eingeschenkt. In diesem Sinne, Prost! Verschreiß nicht! Aber ihr dürft natürlich auch nicht vergessen unseren guten Freund im hohen Norden. Hallo Strophe! Moin! Schön gesagt. Ich bin eigentlich auch immer begrüßt, als ich damals die Hanse gespielt habe. Ich darf nicht anders begrüßen, das ist das Problem. Verständlich. Ich darf den Mecklenburgern, äh, muss den Mecklenburgern eine Ehre machen. Ehrebereitend, so rum. Genau, ich nehme da einfach mal die Pause raus, es wird schon jemand schreien. Äh, ja, genau. Ich versuche übrigens heute so ganz, 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 ganz wenig Pausen zu machen. Nachdem mir das ja vorgehalten wurde, ich würde dauernd pausieren. Und ich muss sagen, also, das stimmt einfach gar nicht. Ich pausiere echt nie, ja. Und alle, die sich darüber aufregen, dass ich dauernd pausiere, die sollen jetzt echt mal ein bisschen chillen, ja. Also beruhigt euch bitte, so. Ich kann die Leute auch echt nicht verstehen, die sind schrecklich. So, und das ist das. Hey, wie war wichtig? Das kann ich bei euch einfach die Pause raushauen und selbst die ganze Zeit pausieren und meine Sachen machen, denn ich bin so wichtig in diesem Spiel. Das macht in den falschen Händen, das perfekte Beispiel. Bei mir geht auch irgendwie gerade der Counter nicht mehr runter, bis ich ja die Pause beenden kann. Stimmt, bei mir auch nicht. Der hängt, genau, hängt bei 29. Jetzt ist es weg. Letztes Mal, ganz schön, Nachaufnahme. Günner war auch schon weg, habe ich einen lauten Fluch von mir gegeben. Struppi hat es noch gehört. Ich habe nämlich gerade einen Anspruch auf Würzburg, wie gedacht, die mir oberen ich halt Würzburg. Das hat aber natürlich auch eine Zweierfestung, weil warum nicht? Alles hat Zweierfestung, ist doch wundervoll. Die ganze Welt ist eine Zweierfestung. Aber guck mal, siehst du auch positiv, du bist sowieso schon in den Schulden, also machst sowieso keinen Unterschied mehr, ob du dir noch mehr Geld besorgst, um Söldner zu rekrutieren oder nicht. Genau. Bankrottsstrategie. Jetzt geht's los. Köln mich wählt, nachdem wir im Krieg waren. Mingles, play mit Hessen. Sie haben mich als Rival. Ich glaube, die wählen mich trotzdem. Sowas von. Wie geht das aus? Ernsthaft. Was? Ich verbinde mich mit Würzburg zwei Tage später. Sie rufen mich in einen Krieg. Warum auch nicht? Würzburg und Frankfurt. Habt ihr sich auch irgendwie seit das Legendary Marvin? Wenn die ganze Zeit Pausen macht? Ey, der nervt so ab, ey. Ey, es ist so nervig mit dem Typen. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ich wünschte, Egon Son wäre noch da. Ja. Das ist so geil. Ach so, übrigens, da wurde ich ja ganz häufig gefragt, warum macht denn der Egon Son nicht mit? Und dazu kann ich jetzt einfach auch vielleicht nur nochmal, um das so ein bisschen zu erklären. Also es war jetzt halt so, Egon Son ist ja freiwillig mehr oder weniger ausgeschieden aus dieser sehr illustren Runde, weil er einfach keine Zeit hatte nach eigenen Angaben. Also da gab es jetzt keinen konkreten Vorfall oder so. Nein, nein. Also wir haben den nicht rausgeschmissen, weil nicht, dass da irgendeiner auf dumme Ideen kommt. Das ist die offizielle Version. Eigentlich habe ich ihn getötet. Aber pscht. Sag mal, was hätte ich eigentlich davon, wenn wir noch eine Stufe hoch gehen von der Geschwindigkeit? Können wir machen wegen mir. Im Moment, finde ich, ist es okay. Also wenn wir das jetzt machen. Ich gehe eine Stufe hoch, ja? Viel zu schnell. Kannst du noch so eine halbe Stufe runtergehen? Halbe? Super. Also, dass Böhmen mit den Osmanen verbündet ist. Was? Können wir da so wegämmeln? What? Seit wann ist der... Haben wir das jetzt mal schon festgestellt? Das machen die Dings in letzter Zeit gerne, dass die christlichen Nationen, dass sie sich mit den Osmanen verbünden. Einfach wieder bis heute noch dieses Wunder, die Papststaaten mit den Osmanen. Wollt ihr mir irgendetwas sagen, Papst? Was für eine Scheiße. Ach, dieser Äpfel Unlawful Territory Modifier. Ich fange das Kaiser rein übrigens super an. Ich bin schon wieder mit einem Kurfürsten im Krieg. Löschen einfach aus und werde zum nächsten Kurfürsten. Das ist die einfachste Variante. Das ist leider nicht mein Krieg. Warte, ich will sagen, ich habe mal die erste Etappe erfolgreich genommen. Mainz würde mich wählen. Ich sehe es gerade. Scheiße, ne? Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, wir müssen Günder wegen... Das ist ganz gut. Ich soll Günder wählen. Dann sind wir mit dem Reißrennen durch. Dann können wir mal was ordentliches spielen. Uh. Nur diese Hater. Wer hat euch das Geißer Rennen gemerkt? Das waren sicher nicht meine Zuschauer. Obwohl, die hassen mich so sehr. Das kann sein. Jetzt meine wieder oder was? Weißt du? Das Spiel ist nicht mehr synchron. Ja, genau. Ist es das? Ja. Euer Spiel ist nicht mehr synchron. Exakt am Morgen. Schöne Scheiße. Dann dürfte der Host mal speichern und wir dürften neu hosten. Yay. Und die Aufnahme mal kurz pausieren. Ja, sollen wir die Aufnahme pausieren? Würde ich sagen. Wir können auch live jetzt machen, wie wir das Spiel neu starten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das war bei dem. Ja, wir machen eine kurze Pause. Ja, wir machen eine kurze Pause. Bis gleich, liebe Freunde. Ciao. Vor allem willkommen zu euch. Ja. Da sind wir wieder. Hi. Ich hau die Pause raus. Mach mal. Mach mal. Hessen macht die einzig wahre Antischuldenmaßnahme Krieg führen. Das hat uns die USA gelehrt. Ja, und deine Hauptstadt wird gerade durch Mainz belagert. Das ist übrigens ein Irrglaube, dass die USA Kriege führen um des Geldes willen. Darauf wollte ich eigentlich noch nicht hinaus. Ich wollte eigentlich mehr darauf hin, als dass der Zweite Weltkrieg den USA wirtschaftlich doch sehr geholfen hat. Ich wollte jetzt einfach nur mal gerade, erstmal noch gerade erklären, bevor wir den Punkt vielleicht ausführen, dass aus finanzieller Sicht diese Kriege sich definitiv gar nicht lohnen. Also, die aktuellen jedenfalls. Und das ist also da weit gefehlt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz die Geschwindigkeit einen Ticken runterstellen. Ich muss mich gleich noch was lesen. So, das sieht gut aus hier. So, was haben wir denn, was ist denn in Mainz passiert? Ich habe einen Krieg... Mainz wird die Frieden, wird die Verträge mit Nürnberg aufkündigen. Oh, oh, oh. Oh, ihr habt es geschafft? Ja, ja. Ich habe euch nicht wieder Chancen eingerechnet, weil du gerade belagert wurdest. Ja, ja, aber wir haben Mainz belagert und wir waren deutlich schneller als sie. Ja, immer diese glücklichen Hessen. Und das Kriegen. Aus dem war das Kriegsziel Würzburg. Von daher weiß ich ja noch nicht, warum sie Hessen belagert haben. So Art wird mir gerade auch nicht sein. Der Kaisen hat aufgerüstet. Ach, das kann doch nicht. Das ist schön. Alle durcheinander reden. Herrlich. Was machen wir denn jetzt hier? Wir haben irgendwie gerade ein paar Probleme. Könnt ihr mich gerade hören? Hm. Hallo? Okay. Sicher, sicher. Da ist so eine gewisse Paranoia bei mir manchmal vorhanden. Man weiß ja nicht. Man hat Ulm aufgerüstet. Was machen wir? Wir können niemanden so wirklich angreifen, da die alle so ein paar Verbündete haben, die uns Probleme bereiten könnten. Die uns Probleme bereiten könnten. Das Einzige wäre halt Pommern. Die haben jetzt nicht wirklich einen starken Verbündeten. Da haben wir ja gerade unseren Anspruch. Brandenburg wird uns da wahrscheinlich. Da kann ich nicht helfen. Okay, gut. Dann ist das schön. Bitte? Nö, ich existiere nicht. Mein Waffenschlüssel mit Mecklenburg wurde beendet? Ach so, weil wir... Wir können endlich wieder Krieg führen. Weil wir ein Bündnis hatten und gebrochen haben. Dann steht ja inzwischen Waffenschlüssel dann. Genau. Das wäre schon Änderung in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall praktisch. Geschwindigkeit wieder auf 3. Wäre das möglich? Ja. Ja, okay. Wir haben jetzt wieder den Bug, dass andere Leute die Geschwindigkeit verändern können, auch die nicht host sind. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich kann es nicht. Ich schon. Neulinge dürfen das nicht. Manchmal geht das nicht. So eine Scheiße. Ich glaube, Burgund verliert gerade einen Krieg gegen Frankreich. Sehr schön. Was ist das überhaupt für ein Krieg? Ach, das ist ein Krieg gegen die Britannien. Was habt ihr denn schon wieder angestellt? Nein, ach so, toller Verbindeter. Fresh Conquest of Nantes. Warum ist der Titel englisch? Ich frage gar nicht erst. Wenn das auf englisch ist, dann könnte das daran liegen, dass der Host die englische Version des Spiels spielt. Ah, so einer bist du. Ich bin jetzt echt dazu übergegangen, es auf englisch zu spielen, weil ich doch finde, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, also, ähm, es ist doch ein bisschen klarer, wenn du verstehst, wie ich das meine, ne? Ich würde es auch auf englisch spielen, aber ich finde es halt für Let's Plays irgendwie unpraktisch. Ja, ich übersetze das meist ja dann immer so, wie das geht eigentlich. Aber jetzt hier, ähm, ja, muss man mal gucken. Also, ja, wir können das auch gerne demnächst wieder auf Deutsch spielen. Nö, mir ist das wurscht. Ich muss gerade nur ganz kurz überlegen, was ich mache. Ha! Willst du Holstein angreifen? Nee, äh, mein Thronfolger ist gestorben und ich, äh, habe überlegt, was ich machen soll. Zum Glück habe ich noch einen zweiten im Petto gehabt. Äh, doch nicht. Der ist null. Verdammt. Bei den Flag, bei der Flag Improvement Mod fällt mir übrigens gerade auf, dass einige Flags noch nicht so improved wurden. Barroa zum Beispiel nicht. Jübeck nicht. Ich habe zur Zeit den Hipsters Flag Mod, der ist so ähnlich. Wie heißt das Ding? Hipsters Flag. Ah, das muss ich mir mal angucken. Soll ich den Timer übrigens wieder starten? Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Verändert allerdings, äh, gefühlt die Flaggen ein bisschen mehr. Also da ziehen manche Flaggen halt wirklich ganz anders aus. Ja. Das ist der, den, äh, ist das der, den du gerade benutzt, ähm, 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 war da Rising? Überall. Okay, ja. Das ist halt überall, ja. Finde ich eigentlich ganz cool, aber es sind halt ein paar Flaggen, die halt wirklich ganz anders. Wie geht's denn meinen Ständen? Schade. Ja, tolle Ereignisse. Das ist gut. Ich mag's, wenn's euch schlecht geht. Bäh. So ne Scheuse. Uh, ich krieg Unruhe. So, gucken wir mal ganz kurz. Ja, letztens gab's wieder einen Vorfall. Es gibt auf YouTube einen EU4-Spieler, der heißt Marco Antonio. Äh, unheimlich guter Spieler, hat aktuell, glaube ich, die, auch die Rekord für die schnellste One-Tag-Eroberung, 16,74 mit den Osmanen. Wow. Äh, unheimlich guter Spieler, kriegt allerdings irgendwie kaum Beachtung. Äh, ist auch, ja, vom, vom Sprechen her nicht ganz schön zum Zuschauen, aber wie gesagt, er hat unheimlich guter, hat unheimlich viel Ahnung von dem Spiel. Der hatte gerade einen Great Khan ran. Ja. War irgendwie in den frühen 1600er Jahren schon längst mit dem Great Khan fertig. Und war jetzt schon fast, war auch schon wieder auf WC-Kurs, äh, Welt-Oberungskurs. Und war gemeint, ja, da können wir One-Face auch noch gleich mitmachen. Und dann war es dann Selfgame-Korrupt. Oh nein. Das ist böse. Das ist ich, bitte. Äh, was ist mit der Geschwindigkeit los? Ich habe die Geschwindigkeit gerade runtergedreht, weil ich mir was angucken muss. Äh, achso, ich kann es auch wieder auf 2 stellen, sorry. Ja. Ich dachte, ich hätte es ja auf 2 gestellt. Ah, mein, mein Hals bringt mich gerade irgendwie ein bisschen um. Können die anderen zum Glück nicht. Okay. Also, was haben wir denn hier? Bremen, Sachsen und Lübeck kriegen wir zum Beispiel nicht gebacken. Hamburg könnten wir mit Ostfriesland und Lübeck aufnehmen. Also, könnten es mit einem von beiden aufnehmen. Können wir es jetzt auch wieder auf 3 hochstellen. Sehr gerne. Wir müssen wirklich warten, bis wir hier, ähm, es mit, ähm, Pommern aufnehmen können. Aber ich würde auf jeden Fall mir in der Zwischenzeit ein paar Ansprüche fingieren und mir dann mal so ein bisschen die, äh, anderen Kurfürsten anschauen. Mit wem können wir uns denn zum Beispiel mal auf guten Fuß stellen? Also, die Brandenburger. Also, zwei Diplomaten zu haben, ist schon echt scheiße. Irgendwie könnte ich einen mehr gebrauchen. Schon, gell? Aber es ist immer so schwer, ein König zu werden. Ja, das ist schon echt bitter. Und auf der anderen Seite, was ich halt total, ich kenne das ja noch aus meinem, äh, Let's Play mit, äh, Nasht. Da bin ich ja die ersten 300 Jahre, äh, glaube ich, oder, oder 250 Jahre nur mit zwei Diplomaten rumgerannt. Und hab da die Timuriden noch Diplo, äh, annektiert. Scheiße. Ja, das ist echt bitter da inzwischen. Das ist echt übel, weil ich hatte ja einen Bug. Ich war ja schon aufgewertet auf Königreich, ne? Okay. Aber, oh, wartet mal kurz. Jetzt muss ich aber doch mal gerade langsamer machen. Ich war schon auf Königreich aufgewertet, hatte aber einfach das riesige Problem, ähm, dass ich so, ich hatte so einen Bug drin, dass ich dadurch keinen zusätzlichen Diplomaten bekam. Total ätzend auf jeden Fall. Ich finde das so lustig in meinem Mongolen-Spiel, ich erobere eine Nation, dann kommt diese lustige Flaggen, Flagge, ja, ihr könnt Dings auf Kaiserreich aufrüsten. Denkt mir, alles mache ich gleich, verbrenne noch kurz die Provinzen. Die Flagge verschwindet wieder, weil meine Entwicklung wieder unter tausend gesunken ist. Oh, oh, oh. Ach, Horden. Man sollte sich übrigens mal die Goldene Horde anschauen, die gerade von Raschazan vernichtet wird. Das tut mir gerade, das tut mir gerade wirklich weh. Raschazan und Novgorod ist auch mal ein lustiges Bündnis gegen die Goldene Horde. Vor allem gegen Moskau, wird total viel bringen. Ja, Goldene Horde hat auch Raschazan angegriffen. Moskau, äh, Novgorod ist mit Schweden, Schottland, Raschazan verbündet. Ich weiß, hm. Schott, äh, Moskau das schafft. Schottland ist ein starker Verbündeter gegen Moskau. Total. So, einfach wirklich, wow. Bester Verbündeter aller Zeiten. Ich habe die Schott schon in Ingermanland-Brusse bekämpfen sehen. Das meine ich durchaus ernst. Wirklich? Das habe ich schon gesehen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich finde vor allem immer noch dieses Estland extrem cool. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in meinem Leben Estland gesehen habe. Doch, in meiner Weltohrung war es auch auf einer Provinz. Aber Estland sieht man nicht häufig. Hey, die haben keinen Verbündeten. Attacke! Ich habe auch gerade so überlegt, hm. Könnte man da rüber spazieren? Du könntest das jetzt sogar annektieren, weil du scoren kannst. Ja. Nee, du könntest ja auch deine gesamten Heimatgebiete aufgeben. Und, ähm. Du könntest wassalisieren. Du könntest so estländisch Hessen werden. Also könntest Hessen quasi alle Hessen über, äh, 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 Gott nochmal, umpflanzen nach Estland. Nee, ich werde jetzt Horde. Noch besser. Verbrenne alles. Als erstes Frankfurt, bitte. Es fehlt eigentlich ein Konzept, mit dem man Horde werden kann. Aber es geht einfach nicht. Doch, nennt sich Custom Nation. Weil ich mir was anschauen muss, Leute. Sorry, bitte. Wie kriegt man nochmal Favors? Von den... Ähm, Gefallen kriegst du, indem du, ähm, Favors kriegst du, ähm, über die Jahre. Also pro Jahr, dass du mit ihnen verbündet bist oder in den Kriegen hilfst. Genau, pro Jahr, dass du mit ihnen verbündet bist. Ich hab 24 Gefälligkeiten von Würzburg für meinen Einsatz gegen Mainz gekriegt. Hessen ist schuldenfrei. Yes. Ich hab zwölf... Äh, Hessen schuldet mir zwölf Gefälligkeiten. Mhm, mhm. Finde ich übrigens sehr schön, ne? Hessen? Komm drauf zurück. Gut zu wissen. Ich glaub, ich hab grad nicht Push-to-Talk gerade gedrückt. Deswegen hat Marvin da nicht drauf reagiert oder so. Das diplomatische Feedback-System finde ich ja auch durchaus ziemlich interessant. Das ist auf jeden Fall cool, ja. Macht's Ganze irgendwie ein bisschen realistischer. Push-to-Talk ist anstrengend. Ist manchmal auch ein bisschen nerviger, wenn man gar keine Chance hat, Leute in irgendwelche Kriege zu kriegen. Ja, also bei mir ist jetzt momentan so ein bisschen ja auch das Problem. Würde gerne der Schweiz den Krieg erklären und bin mit Savoyen verbündet. Hm. Aber, ähm, ich hab das große Problem... Savoyen sagt nö. Bitte? Savoyen sagt nein. Ja, Savoyen sagt halt nein, weil ich nicht genügend Favors habe. Provinz kannst du ihnen auch nicht versprechen, oder? Ich glaub, die haben keine Ansprüche auf die Schweiz und so. Ah, du kennst schon den Button für Provinz zu versprechen. Äh? Moment, das solltest du mir mal kurz erklären. Äh, der ist beim... Pause, bitte, aber jetzt, weil... Der ist beim, wenn du sie in den Krieg reinrufen möchtest, ist doch dann dieses X meistens dafür, dass sie halt nicht möchten. Ist es bei ihnen ein rotes X oder ist es bei ihnen so eine Hand quasi? Das ist eine Hand. Das ist eine Hand. Das heißt, wenn du auf den Button neben der Hand klickst, versprichst du ihnen, dass sie in diesem Krieg Provinzen bekommen und sie würden in den Krieg mit hineinkommen. Ah. Das sind ja Möglichkeiten. Entweder du sagst, ihr schuldet mir das Gefäß, dass ihr jetzt mitmacht, oder wenn ihr mitmacht, kriegt ihr auch was. Genau. Wenn sie dann aber nichts kriegen, sind sie wirklich beleidigt. Ja. Gibt einen ziemlich krassen Wadung. Also ich habe das in meinem Odin-Dings gemacht, mit Schweden, minus 20 Vertrauen, sofort Bündnis gebrochen. Ja, interessant. Und wenn man hingehen würde, noch eine Frage. Ähm, wenn man hingehen würde und würde sie nachträglich in den Krieg rufen, würden sie dann, ähm, könnte man dann auch nochmal Provinzen anbieten? Ja. Ja. Dann kommt so eine lustige Flagge oben mit der Pronopädie, du kannst Verbündete rufen, dann kannst du es immer noch machen. Ah, ja. Aber der Pausenzeller funktioniert echt nicht mehr. Der ist kaputt. Hm. Kann auch nicht die Pause beenden, oder so. Okay, gut. Also dann danke ich euch jetzt erstmal für den, äh, für die entsprechenden Hinweise. Für dich doch immer. Schleim, Schleim. Vielleicht haben wir dich auch aus Konkurrenzdenken angelogen. Ja, das könnte sein. Das fände ich aber dann echt ein bisschen assi. Also wenn du diesen Provinzversprechen-Button klickst, dann, 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 dann versprichst du ihnen übrigens deine Provinz. Nicht feindliche Provinzen, ne? Sehr gut, okay. Sind wir jetzt alles verbündet? Gerade eben war sie noch mit, ah, ich hasse das. Es gab auch in der allerersten Version irgendwie so einen lustigen Fehler. Wie war das? Da hat man Gefälligkeiten gekriegt, wenn man den Krieg geführt hat und die Provinzen vom Verbündeten ihren Friedensvertrag dem Gegner gegeben hat. Gib deine Provinzen mal deinem Gegner. Das ist aber lieb von dir, dafür schulde ich dir einen Gefallen. Ich glaube, die in Schweden da oben dem sehr merkwürdiges Zeug. Anders kann ich mir manche Designentscheidungen vom Paradox einfach nicht erklären. Ich habe zu viele diplomatische Beziehungen, ist mir egal. Die Bluthek ist für Sissis. Scheiße, ey, wir können nix machen, ist doch nervig. Oh ja, wir könnten uns mit, ähm, Köln verbünden. Ich bin dafür, dass ich jetzt Burgunderbe. Sehr schön. Österreich, lass dich mal von mir besuchen. Braunschweig ist dann zwar zu viel, allerdings... Bis dem Krieg mit Ferrara und Kirchenschlag, das ist die Gelegenheit, Attacke. So, meine Damen und Herren. Minus 4 Stabilität, yes. Was macht er denn jetzt? Und Würzburg macht mit. Was, was, was? Nichts, ich will ihn gerade jetzt noch anzugreifen. Was? Nicht wirklich, keine Sorge. Was hat denn der Günner gerade vor? Der Günner greift jetzt die Schweiz an. Kriegstreiber. Hast du dich mal mit der Schweiz verbündet? Ja, was denkst du, warum sie keine Verbündeten gerade haben? Schäme er sich? Echt mal? Nein, äh, nein. Das Bündnis mit der Schweiz wurde durch Mailand aufgehoben. Achso, deswegen fällt es ihm in den Rücken. Das kann ich nachvollziehen. Verräter. So ist es. Österreich soll er dich brandmarken dafür. Marvin, ich finde, wir sollten uns, sollten uns gegen Günner verbünden. Der ist einfach unverlässiger Mensch. So ist es. Günner soll jetzt einfach die Schweiz annektieren. Der ist ja eh nicht im Reich. Super. Ach, Mist, ey. Vielleicht lösen wir den Weg so hoffentlich mal die... Die ist im Reich. Nicht, dass jemand auf die Meeting kommt. Vielleicht lösen wir hoffentlich demnächst mal hier diese blöde Familienbande mit Braunschweig. Dann blende ich mir über den diplomatischen... Versuchen wir es mal mit einer Schlacht im Verhältnis 2 zu 1. Schauen wir mal, ob die Schweizer ein Bündnis wollen. Nein. Okay. Dann halt nicht. Gegen wen könnten wir vorgehen? Wir haben echt niemanden, der mit uns zusammen kämpft. Wir könnten uns nicht mit Werden noch verbünden. Anders wäre das dann noch so. Ganz schön teuer, der Spaß. Kriegsgrund hier. Ist ein bisschen beschissen gerade. Die Schweizer machen gerade Bündnerfleisch aus, meinen Soldaten. Savoyen würde ich retten. Und wenn dann zum Beispiel Waren eingeführt werden, wie zum Beispiel Bündnerfleisch. Ja, ja, genau. Das war aber in der Tat eine sehr, sehr lustige... Sitzung. Äh, ja. Szene. Irgendwas in der Richtung. Ich weiß wieder nicht, wovon die reden. Ich fühle mich hier erstmal so ausgeschlossen hier. Bin ich überhaupt noch dabei? Aber was sagt eigentlich die Zeit? Die Zeit sagt, wir machen, wir grinden noch gerade die Schweizer. Ah, das sind Reichsstädte. Und können dann genau jetzt eine kurze Pause einlegen und uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Macht's gut bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.